Willkommen im Laboratorium. Ich bin Dr. Jones. Dr. Beck. Mein Stahlkopf. Willkommen in unserer Facilität. In den nächsten Stunden sind wir damit beschäftigt, unsere Trikots zu überprüfen. Wir werden alle Analysen durchgeführt, ob verbotene Farbstoffe sind oder verbotene Weichbarkeit. Und wir sagen, wir fangen jetzt mal an, das zu zerstören. Irgendwie sieht das aus, als hätte es ein Handtuch an. Ja, es ist ein Handtuch mittlerweile. Dr. Jones. Wir haben gerade Teile unseres Trikots analysiert und jetzt warten wir auf die Resultate, um zu gucken, ob wir wirklich darin spielen können oder nicht. Wenn es 100% weiß und teilt ist. Ja, das ist ja. Und wir werden bald im Laboratorium zurück. Wir werden bald. Sie sind ein modisches Accessoire, coole Hingucker und bei schönem Wetter ein echtes Muss. Im Sommer gehen viele ohne Sonnenbrille nicht mehr aus dem Haus. Wir werden bald. Untertitelung des ZDF, 2020